Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Way Out. Ja, ist okay. Und man merkt es schon, heute leckt es nicht so krass. Heute habe ich mal, beziehungsweise, ich habe überhaupt mal den Rechner neu gestartet, damit es von der Dingens her Leistung vielleicht mal besser funktioniert. Und heute scheint es wirklich gut zu funktionieren. So, wofür entscheiden wir uns? Also wir haben einmal die Möglichkeit, die beiden zu überrennen und zu fesseln. Und einmal die Möglichkeit, die Pferde rauszulassen, um die beiden aus dem Haus zu locken. Also einmal einen Konfrontationsweg und einmal einen friedlichen Weg. Ich würde sagen, wir machen schon auf Action, oder? Aber es ist ein altes Ehepaar, die kann man nicht überrennen. Ja, ist ja gut, denn mach mal halt auch friedlich. Ach man. Sicher, woher, Mann, lass uns versuchen. Okay, komm mal. Weißt du, was witzig ist? Hm? Es nehmen gerade meine beiden Aufnahmeprogramme auf. Klapp. Okay. Oh ja. Ja, ich hab ja beide Hotkeys auf derselben Taste. Äh. Und hab ja Shadowplay gestern wieder benutzt für eine andere Aufnahme. Aber gerade nehmen beide einfach mal auf. Kann ich mich später entscheiden, welche Aufnahmeprogramme ich benutzen will. Äh, beziehungsweise welche Aufnahme. Logisch wär das, wenn wir wieder das gleiche benutzen. Ja, OBS halt weiterhin, ne? Weißt du, es ist ja die Qualität anders und der Sound anders, weißt du, das... Ja, klar. Wär dann einfach seltsam. Hm. Warum kann man nicht einfach über den Sound drüber? Das verstehe ich gerade nicht. Vielleicht müssen wir irgendwie hier in den Gebäude rein? Ja, wir müssen die Pferde rauslassen, aber ich frage mich gerade wie. Weil ich sehe hier nichts, was wir machen können. Hm. Gegen den Baum treten. Warte mal, hier ist ne Leiter. Ah, da. Hier. Ja, warte, ich bin nicht der Schnellste mit der Leiter. Oh Gott, oh Gott, ist das anstrengend, Alter. So. All right. Now we just need to let the horses out. Hey, Leo, this might make enough noise to scare the horses. We should probably release the horses first. Warte. Wahrscheinlich gleichzeitig drücken. Also, auf drei. Eins. Zwei. Drei. We should probably release the horses first. Ach, nee. Ach so. Ja, ja, gleichzeitig, ne? Nee, ich weiß. Ich hab mal drauf hören sollen, was er sagt. Bleib da oben, bleib da oben. Okay. Okay. Boah, wir müssen das jetzt aber nicht auf die Pferde werfen, oder? Nein, wir lassen die Pferde frei. Okay, gut. It's locked. We can't open this one. Okay. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Oh, herrlich. Einige Schwestern würden wir hier sein. Oh, Gott. Oh, hell, die Horsen sind weg, Hony. Oh, mein Gott, wir haben wir die Horsen? Natürlich, wir haben wir. Komm her, wir gehen. jetzt haben wir die aber doch sozusagen verschreckt nein die die rennen ihren pferden hinterher ja das ist mir schon klar aber trotzdem ist es ja verschreckt also du meinst die pferde nee ich meine schon die menschen wir haben die ja trotzdem nicht stört beim essen weil und du kannst richtig schön spielen du hast schon einen rekord jetzt bin ich ja 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 ich dachte das wiederholt sich ich dachte ich muss es fertig also da gibt es ein ende dachte ich so also pass auf hier auf easy hast du die machen ja das war easy wir kommen wir müssen alle durchspielen ich muss erstmal reinkommen was muss ich hier drücken 1 2 microphone muted microphone activated scheiße hörst du mich ja ich habe hotkeys und ich muss die kurz rausnehmen weil sonst machst du immer die ersten mein mein micro muten sound muten mikro muten sound muten warte scheiße wo war das jetzt hotkey hotkey warte das war ja bei aber ich bin so ein lauch ich hätte das gestern mal schon machen können hotkeys so entfernen entfernen bestätigen so jetzt sind sie raus jetzt geht es hier richtig los eins 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 zwei ach scheiße drei zwei zwei eins drei eins zwei eins zwei 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 drei drei zwei 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 eins zwei das heißt ich war kack jetzt schon alter alter mein rekord ist ja richtig scheiße alter ah fuck alter nice ja mann geil gib mir ein beep bruder kondig ja nein äh, mann... Ah, los, kannst du das nächste spielen. Ne, wir können so gleichzeitig gegeneinander ankämpfen, siehst du es nicht? Das zählt genau zum gleichen. Ach so, das zählt, okay. Hast du da auch easy genommen? Ja. Okay, äh, warte, ein... Ah, scheiße. Oh, das ist viel zu schnell. Ja, okay. Ja. Ja, hier, 71. H71, neuer Rekord Warte, ich mach mal hart Ich will mal sehen, was die höheren Schwierigkeitsgrade so zu bieten haben Oh man, das ist ein bisschen zu schwer Ja, denk ich auch nicht So, extreme Verdammt Nice Was ist das? Hm? Was der Lover? Dammit Was ist das? Was ist das? Boah Was ist das? Was ist das? Was ist das? und sind die schwerer er nehmen nicht so was war das extrem hast du gesagt ja das sehen wir genau das gleiche ich glaube diese schwierigkeit gerade so eine verarsche also ich finde hier ganz schön schwer ich bin raus ich habe versucht man da ich glaube da sind die schwerer ich weiß es nicht was ist das denn er soll so schnell spielen können jetzt habe ich extreme und das geht ihr voll klar ja ich auf den krieg sie nicht hin warte mal gucken machen wir weiter oder Wir können ein Feuer bauen, wenn wir ein bisschen dieses Wälder legen würden. Das sollte es genug sein sein. Wir machen es schön, Kost.